Ah stimmt ja, Arom Digga Jetzt war es früher so Arom Du hast halt Batscher Findest du das lustig Arom? Ich muss sagen, ich find's überhaupt nicht lustig so Lol, wär nix Kriegst du den Tower? Nikolai Hat der Papi schon mal deinen Pipi-Mann gesehen? What the fuck Alles klar Tim Arom, wenn du lang... ah nee, du bist tot Du bist halt scheiße Du, ich würd dir jetzt echt empfehlen einfach Tanki zu gehen Das wär noch... das wohl noch useful zu werden Ah ok, ja Cool, begleitet zwar noch Arom Ich brauche noch Arom Oh Der Snipe Tim, die machen Barion, ne? Nikolai hat seine Eile schon mal so gemacht Mit seiner Hand so nach links und rechts Wie der Juni immer die Cockshell verteilt Äh Juni ist äh... Ne, der Ziggy Ja genau Willst du mir helfen? Nikolai kann grad nicht lachen, weil er im Fight ist Das war natürlich schlecht grad, Nikolai Ey, ich würde ihn ja bekommen, wenn du mir mal helfen würdest, Alter Ich werd durchgehend vier Mann Vier gegen eins ist nicht so meins Oh, 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 oh Uff, dann geht das mit über den E-Modline, danke Kleiner Freestyle-Brande, Alter Oh shit, Alter Wie der hier macht ja alles durch Ja Er ist halt auch durch Oh Leute Au, boi, wie hittet das? Auch wie auf einem Tag geht ja einer Jackson Ah Der Xer-Ey, der Dings zackt halt richtig fett Balls Oh shit, ich hab sogar jemanden Oh shit, ich hab sogar jemanden Okay, you suck Oh, Arm ist tot Weiß, aber ich hab jemand mitgenommen Nee Oh echt, cool Tim, pass jetzt auf, ne? Ich bin gleich da, warte Bin da Zum Protektion Bin ich da, new New Heute Bot Nee Nee, Aaron, hab ich jetzt einfach so grad keinen Bock? Okay, dann nicht Ja, ist so Wie geht's in der Big gerade? Ist sie daheim? Schlag sie mal von mir Nee Hab ich gestern vergessen zu tun Ja Ja, ich soll die Blüse vom Nikola ausrichten Okay Nach der Fährte Ah, stimmt ja Wo's so gestunken hat, ah, weißt du noch? Was? Wo's so gestunken hat damals Ach, ich zieh nicht mehr Weiß noch nicht mehr, wo ich so reingekommen ist, so Ah, macht das Fenster auf, hier stinkst Wer? Ja, da war ich Ach so, oh! 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 Da war ich auch ein Mensch Ein böser Bub Das hat sie nicht ernsthaft gesagt, oder? Sie hat gesagt, es riecht da drin Hat sie auf den Namesisch oder auf Deutsch Deutsch? Ja, auf den Namesisch natürlich Nein, nein Und der Arme Der Niko war im Raum, als ob die so auf Deutsch sagt Ja, ja, so Oh, der Junge stink, ey Und der Arme, der Arme hat so Hat sie gesagt, dass die stinkt, oder was? Nein, der hat ja gesagt, die stinkt Nikola, du weißt doch nicht mal, du verstehst die Namesisch Doch, ich, doch, natürlich Namesisch Ja, okay Nikola, ich ne? Wir sind so tot, ne? Bautsel, bautsel 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 Wieso nachmachst? Der Bub hat keine Ult, wollte ich nur sagen, ne? Läuft Ah, nicer Equalizer Tim! Nice! Schöne Ult muss ich sagen an der Stelle. Du hättest einfach freehitten können. Ja, wieso denn? Weil du Wischen auf sie hattest und weit weg standest. Fuck, ich bin der Letzte. Ich hatte keine Wischen auf sie, aber... Ich stand bei ihnen! Nein, du! Hättest deine fette Schnauze! Ich stand neben ihnen! Freude 8 Abst silence Funfant Alkoh профессion Nein! Ich stirbe Boa, du machst minimal damage! Heilственно! Ja, Junge ich steh 13 musst du 하기birge. Halt dein Maul Nikola, du holst dir die ganze zeit. Schau was ich machen kann. dig auch Nein Nikola kannst du nicht, weil du kein Audio Interface hast. Leute, gewinnen wir das noch? Ja, ja. Doch, ich carry's jetzt echt. Ja, ja. Ja, Junge, der Chip sucks. Oh, wait. Kann ich kommen, Mann. Danke. Äh, Tower-Boss? Ja, holen wir jetzt. Gut. Ich weiß halt nicht, wo der Yi ist, sonst würde ich da rein ulten. Aber erstmal, gehen wir jetzt einer für. Oh. So. Thornmail ist da, Kinder. Jetzt nur noch Sterex. Fucking the rent. Ja, lass wirklich, lass wirklich so nennen, bitte. Ich will noch mal rum, lass, glaub ich. Ja, lass doch mal rum spielen. Ja. Machen wir das. Ja, mach wir. Machen wir doch auch. Ja. Au, du hältst jetzt dein Maul. Hä? Ich red nicht, ob ich dich... Ich weiß schon, ich weiß schon. Da hoch. Da hoch. Eine, Tim, du gehst mit. Geh nicht rein. Oh fuck. Ich geh in den Bauch, ich will in den Bauch. Oh fuck. Ja, aber mach ich. Nee, Aaron. Ich krieg den nicht allein. Ja, hol jetzt mal nicht. Ja, ich will in den Bauch rein. Ja, komm. Drück auf mich. Ah, cool. Drück auf mich. Der Yi kommt, der Yi kommt. Oh nein. Okay, der kommt doch nicht. Hä? Der ist bei mir. Wow, Ron. Du bist super gut in nem Geld. Nein, werde ich nicht. Ah, nee. Okay, doch. Ich hab gedacht, der Tatsan rettet mich, aber es geht nicht. Jungalter, der Yi. Äh, der Yi ist es down on. Ach lol. Das heißt, du hast kleine Einung. Es gibt drei Leute gebraucht. Ja, seit leise. Nee, ich war... Allein hätte schon gereicht. Tim, wir gehen einfach gleich auf den Yasu, okay? Ja, Yasu? Auf den Yasu, ja. Nee. Nikolai, Penis knus. Ah, ja. Aron, du musst auf Sie, wacher Kerber. Jetzt helpt mir. Du kannst einfach mal im Auto paddeln, vielleicht. Vielleicht fährt das Yi wieder hin. Ja, ich fenn im Auto. Der ist so zugekifft, Aron. Hä? Der Yi ist dann immer so zugekifft. Okay. Randy Taggarty Farms. Ihr wisst nicht warum. Ah, er hat Drogenfarm. Ja, hat er. Okay, schön. Oh, der macht ja nicht mehr damage. Auf Yasu! Oh, yes, ey. Danke für die Hilfe an der Stelle. Muss ich sagen, Tim. Einfach nur freehitten. Einfach nur freehitten. Ich hab noch versucht zu helfen, aber schon mal was passiert. Holy shit. Du ultis nicht mal. Ah. 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 Oh mein Gott. Was schau ich dir gerade an? Oh fuck, ey. Nö, Tö, mir ist geflogen. Ah. 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 Taggarty Farms. Du kannst so durch. Wir investieren darin... Taggarty Farms. Wir investieren darin, dass Marihuana legal wird. Oh, der Junistar. Oh shit. Vicky ist so fett an der Blöden. Komm jetzt rein, blöder ist. Ja, also. Nicolai, lass nicht die Party laufen. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Junge! Warte. Warte. Warte jetzt mal wieder rein. Nee. Mach jetzt nicht. Mach jetzt echt nicht. Ich kann joinen. Ha. Ja. Und ich kann nicht wieder kicken. Lol. Und ich kann wieder joinen. Ah fuck, geht nicht. Tim, lass mal rein. Bitte. Tim, komm mal rein. Du, 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 du. Weil Tim, lass an, bis du die Gehirn drehst. Wie heißt das Lied? Der Flute-Tune. Was? Weil ich schreib so rein, der sieht es. Der Flute? Flute und dann? Tune. Oh my god. Video ist richtig lustig. Warum, worum geht's da? Das wirst du sehen, das kann man nicht beschreiben. Also doch. Es ist einfach so ein Zwerg, der so Flöte in der Hand hat und dann springt er so rum. Mach so nur Sinn irgendwie. Und dann droppt das halt, während der so rumspringt. Ah ja. Oh nein. Ah ah. Ich seh's. Ah ah. Das ist eine neue Art von Smart Flammen. Es ist mehr als du auf den ersten Blick siehst. Denn es ist bis zu 40% günstiger und 100% nachhaltiger. Das einzige was du nicht siehst, dass es vollständig erneuert ist. Wie neu, nur besser. WTF? Diese Zwerg ist wirklich gruselig. Und? Ich liebe dieses Video, schaust an. Ich bin rein! Und ich scheiße. Das ist zu geil. Ich liebe es. Und ich liebe es. Was ist das für ein Zwerg? Ich bin rein! Pfff. 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 PFF! Pfff. Oh je Oh, ey! Was ist das? Mach runter, mach runter! Mach runter! So was kommt heute nach den Armen besuchen, Alter! Hä? die kommentare unter dem video was die kommentare unter dem video wenn man am erst am anfang des monats die kohle kommt und ich zur bank gehe philipp abenteuer wenn die video legalisiert wird ach scheiße no one hi dude in the forest of germany und wenn du wissen willst wie das geht schreib mir den Namen und ich zeig dir ich bin so geil ich kann den Ball gerade ficken und wie diesmal wunderbar Nikolai schaust an Nikolai ich hör's nicht dieser Alperinz Markus von Anhalt oder von Sachsen-Anhalt ist zu behindert Aaron, Martin Schulz bevor he joinet die SPD strammt einem drunter in den Cap so BAM 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 und wenn du wissen willst wie du genau soviel Erfolg haben kannst wie ich dann schreib mir jetzt eine Nachricht in Ceyzberg Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh Ich hör ihr endlich an Nikolai schau dir die Nachricht an ha? okay du bist da Nikolai schau sie an ich habe sie geschickt auf whatsapp ich hab mein Handy nicht da äh Best of Prince Markus von Anhalt halt König Knossi, Tim, wie viel hat Knossi eigentlich schon mal gewonnen? auch viel schon, ich weiß nicht, 200.000 oder so äh, also ja, Aaron ey, Nikolai ich hab ja mal nie gewinnen ja, du warst ja denkst, die Michelle die ist echt komisch, die muss jetzt die hab ich dir schon erzählt, wo sie da einfach so komisch mir und Paul entgegengefahren ist während wir zur Fahrschule sind und noch einmal sind sie einfach umfährt an uns vorbei und geht auch zur Fahrschule die ist so durch, sag ich die hat halt so einen Batscher hä, blöd, war die da bei der Fahrschule? ja, sie ist richtig durch ja, die hat halt irgendeinen Schlagart die hat mir sogar erzählt, dass sie dich in Paula gesehen hat ja, die hat dann, war die neben dir gesessen ja, halt mal ganz kurz ja ja, gleich ich hab's gehört, ja hat er fahren lassen, Nikolai? ja, ja hat er gehört? ja ich weiß nicht was hat er gemacht? ich muss kurz mit dem Hund was zu essen geben, jetzt zählt schon runter, so eins bis du ich bin jetzt ich bin jetzt und ist jetzt so schifft Mann ey 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 das ist alles auf Video ist der jetzt schon so runter Oh 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 Nicolai, mach was zu essen eins zwei Oh, Niko, echt nicht mehr da, oder? Nein. Der muss ja was zuerst machen. Stell's mir vor, Armin, stell's mir vor. Putz. Jawoll, Nika. Ah. Herr Judan, 2-0-1. Ja. Ja. Scheiße, Scheiße. Richtig nice. Nikolai steht hier hinten rum, ey. Oh. Wen spielst du, Judan LeBlanc? Nee, Katharina. Oh, Judan, go, get him, get him. Oh, shit. Ah. Nice. Ja, jetzt Jungs redet. Ja, Niko, wieso zählt der da mal runter? Ja, das ist lauer Spaß. Ich muss so eins, zwei, so sieht der PC aus. Ah, ja. Ich glaube, es ist schon ein Lache. Niko, schau mir das Video mal an. Bitte, Niko. Ich bin so geil, ich könnte den Ball jetzt ficken. Mach weg. Ich weiß, wie so ein Tier so. Oh, oh, oh. Holy fuck. Ich hab grad einen halben Liter oder so weggehext. Wichse. Ah. Eine Kalone. Eine Kalone. Eine Kalone. Oh, fuck. Jud. Eine Kalone. Oh. Ups. Äh, was soll ich sagen? Ja, Judan, was hat die Michelle schon hier gesagt? Hat sie sich echt neben dich gesetzt? Nein, Nikolai, Wunder ist geschehen. Nein, Judan sagt, nein, er ist, no joke, er hat sich neben dich gesetzt. Hä, was ist da, hä? Ich frag doch jetzt nur. Hä? Sag, sag einfach mir, er hat sie es gemacht. Es geht darum, weil ich und Paula, als wir dort waren, sie hätte sich einfach neben uns setzen können. Sie war einfach so richtig pisst und hat sich nicht, er hat sie die ganze Zeit so weggesetzt. Hey Niko, dir hat doch Beef, bist du behindert? Ja, ist mir scheißegal. Ich kann nur, ich kann nur kreuzweise. Okay, okay. Ja, Aaron. Aaron, du würdest eigentlich eine Freundin finden, wenn du nie rauskommst. Oh. Ach ja! Niemals! Oh, Thunderlords! Oh, die hab ich mit meiner Flash weh. Oh, die hab ich mit meiner Flash weh. Oh, 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 oh. Es passt da. Junge, wie, einfach alle so lau sind. Nee! Oh, shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Geh nach weg, what the fuck. Nö, werd ich jetzt mit Absicht nicht. Oh, mein Gott. Oh, bis halt jetzt nicht mal gesehen, was ich gemacht hab. Bist du in die Wege von der F geflasht? Ich bin in der Aero geflasht. Oh mein Gott. So vorliegend so BAM und dann war ich tot. Bum, 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 Bum. 4,015 Tim. 4,015. 4,015. Oh, oh. Das ist gut, oder? Aaron, ja. Das ist nicht dein Problem. Oh mein Gott. Ist halt echt. Ja, okay. Wir haben schon Fake Account für dich gemacht. Habe ich jemals nach deiner Hilfe gefragt? Doch. Ja, doch. Ich bin so geil. Ich könnte den Ball jetzt ficken. Du warst ja mal so am Batscher. Uh. Uh, yikes. 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 Hallo, Tills. Nikolai. Nikolai. Schnell! Nikolai, mach dich tot. Was? Nikolai, mach dich tot. Ja. Ah, Mann. Mach dich doch jetzt gerade. Oh, Mann. Toad. Ich glaube in dir. Toad in Guyen. Was? Aaron, schläft der Toad einfach bei euch so? Hat er einfach Bock drauf? Ja. Finde ich cool. Du kaufst ihm auch immer Bier. Aaron, wann hast du das mal in Toad gesehen? Ja, letztens. Ja, warum? Ja, der hat seine... Seine Bierdosen, die er noch da hatte geholt. Ist das so ein Batscher. Ja. Doch. Hä? Hä? Ja, doch. Du bist so blöd, Aaron, du hast halt echt einen Schlag. Ja, Nikolai. Du hast einen Schlag. Du hast halt einen Schlag. Tu doch nicht so. Oh. Sorry. Es tut mir leid. Aufrichtig. Weiß doch, dass es so ist. Es tut mir aufrichtig leid. Was verstehst du daran nicht? Du fetter Monkey. Oh, 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 oh. Wer ist hier der Affe? Wer kann seine Augen nicht aufmachen? Genau du aber. Hör, Leute, Jungs. Ich hab mich gestern so intim rasiert in der Badewanne. Erzählt mal, Aaron. Warum erzählst du sowas? Nein, weiß ich nicht. Aaron, du hast so einen Batscher. Jo, sorry. Du hast so einen Schlag. Oh. Könnt ihr sie beide ficken? Ah, Herr Morne. 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 Ah, Herr Morne, der Typ heute hat richtig genossen, sag ich dir. Okay. Jut. Wer macht das? Wer macht das? Ja, stimmt. Oh, uff, uff. Sie haben mich alles aggert. Pass auf, Jun! Wer macht das? Perks, 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 pass auf! Oh, und sein. Du bist doch nur begeistert? Oh, und sein. Ich hab doch nicht mal... Ja, wir haben doch alles gemistert, Alter. Deswegen, wer macht das? Wer macht das? Wer macht das? Wer macht das? Wo sind die Alpakas? Wenn dieser Zwerg so runtergesprungen wäre und so getwerkt hätte... Du kennst doch die Memes, oder? Du kennst doch die Memes davon. So kommt noch fucking retarded, mate. Was ist das für ein Herz? Ich spiel ja, wie gesagt, mit diesem einen Briten über Loljürn, den ich so beleidigt hab. Das ist richtig deren Mann, sag ich dir. Ja, mit dir hast du gespielt? Ja, und der so, I'm British. Also, ja, I can tell that. Was? Der Zwerg hat einen richtig harten Akzent. Ah, hier, 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 hier. Das hab ich ihm gesagt. Und ich will ihn irgendwie verarschen, dass ich so... ...rede so Spaß, so so... ...kütti pass me the water. Yikes. Julian, yikes. Was? Hey, Hitler. Ah, und du bist ein kleiner Agnom. Lol. Du twerkst und rennst mit ner Flirte durch den Wald. Ja. Warum rennst du mit ner Flirte durch den Wald? Ja, jetzt bin ich's auf einmal. Bist du! Du bist es! Oh, oh! Du siehst den Typ so ähnlich. Ja, oh, ja. Nikola, du machst überhaupt keinen Sinn mehr, so... ...hirnverbrannt bist du. Nö. So. Ja, Nikola, ich komme. Jei! Oh, man geht so... ...diegla... ...heißt du? Was denn? Alter, war das Kling, Junge. Guck mal, guck mal. Du 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 du. Und dann kommst du hinter diesem Baumstamm hervor... ...und dann fängt er so... Ach echt Nikola, ach echt? ...runter zu... ...runter zu specken und zu twerken. ...mit der Flirte so im Mund, so... Tim, gestern sei der Lukas so. Ich hab's schon so am Samstag so gezeigt. Ja, was ist das für ein Herz wie denn? Äh, die Evelyn hat mir ein Herz geschenkt, weißt du? Ah, okay, nix. Engage! Ich mach deine Kayne immer. Ja! Aber arm ist so cool. Ja, Tim, ich lerne von dir. Die Killsteal Tactics. Ja, ist halt sowas von dir. Vom Meister. Äh... Oh Mann! Oh Mann! Anschau mal, anschau mal! Was? Ja, nice! Joli, ich kümmere mich gleich drum! Eins! Eins! Zwei! 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 Ja, weil er nichts gemacht hat. Er war einfach draußen gestanden. Und das Ende der Geschichte war, er hat ins Wohnzimmer gekotzt, weil er irgendwas falsch gegessen hat. Uuuuh! Ah, was? Ah, hab sie noch. Geil. Geil. Herr Nicolai, machst du die Scheiß von Pabloch in den Beutel und lässt du die liegen? Das ist eine erstgäute Frage. Was? Lass sie liegen? Natürlich. Du bist so ein Umweltschwein. Ja, Stünger-Typ, wenn ich am Feld gehe. Stüria. Stüria. Da schmeißt er das Siggi-Scheißchen in die Hand und wirft es auf Feld. Ah, alles weg. Ja, ja, odel ich. Ne, du musst es als Dünger für die Pflanzen in so einem Garten. Hör mir mal ganz zu. Du scheiß, die du in die Schule mit den Ärgern. Es gibt sogar viele Getränke aus den 70ern, also Biergetränke, so Biermischgetränke. Ja. Dann halber Liter Cola oder so. Und dann tust du einfach, richtig eklig, Pressack oder Leberkäse da rein. Nein. Ist das während du, während du sag ich mal dran trinkst. Ich echo die es? Ja. Ja. Und es muss so eklig sein, dass sie richtig das Gas sind. Das ist ja sofort so. Ja Nikola, ich echo die es. Okay. Nöö. Ahja Nертв. Oh, what the fuck? Aber... Ja! Oh oh oh, der ist noch... Wohin rennt der, he? Der ist durch Julian Ich krieg doch, wenn dann erstmal nur ein Chat bei Julian, also... Leute, wir müssen in den Morgen nicht mehr so rein, weil ich dann aufgehen muss. Hä? Ne, Tim. Jetzt soll ich wieder? Ja. Also wir bekommen das jetzt noch vielleicht. Die Kuto bekommt gleich was, aber... Ah. Ah, ah, ja geil. ...dö dö dö dö. Jüt. 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 Ah, die flächten mich alle hinterher. Sie sind verfreut. Korsair. wieder um komponieren oh mein gott oh mein gott wie sieht die denn aus wo ist ja ja das ist mein perfil auf instagram an der stück ohne zu ja ja du dreck sauer oder ich weiß nicht genau was die ulti macht sondern okay du bist ja leise du kotzt mich gerade an was Tim, haben deine Eltern schon gesagt, du sollst auf, oder was? Ja, musste ich halt um 9 Uhr, weil ich dann auch um 10 Uhr halt. Ja, 8 Minuten, das schaffen wir doch. Geht euch jemand einer ab? Ja. Du Sau! Ach, Digga. Und diese Annie sagt so fett Balls. Ich höre so viel Zeit raus damit. What the fuck? Good job, Aaron. Sag ich mal einen, klar, aber okay. Ah, good job, Aaron. Du bist so scheiße in diesem Spiel. Du, du, du. Du bist einer mega low, Julian, komm. Ja, ja. Geht euch jemand einer ab? Nee, Annie hat's dann, Alter. Geh drauf, ich geh drauf. Ich geh auch drauf. Oh, ne Moment. Ah! Oh, Julian, Julian. Oh mein Gott, Penta? Penta gleich als Penta. Äh, äh. Äh, Kinky Kitten, Alter. Wenn, nenn den. Es war alles, mach mal fertig jetzt. Ich muss grad auf. Nee, das geht nicht. Guck mal, da ist mir egal. Ich geh jetzt nicht. Da spiele ich halt einfach mit dir. Aber du Lieferwasser, ist mir egal. Du kriegst von Aram kein Lieferwasser. Wenn du liebst, das hab ich schon so oft gemacht. Ja, ich krieg's noch. Ich hab's so oft gemacht, hab selten einen bekommen. Bitte, bitte, finish. Du kommst keinen, hab selten einen bekommen. Ja, ich hab aber wirklich, macht's sau oft. Ich spiel die ja immer aus Langeweile. Aber, man, finish. Ja, schlau hier auch allein. Alter, jetzt wollte ich grad sagen, Alter. Was machen die denn alle? Oh, shit, Alter. Ich hol den Tower noch. Ich hol den jetzt. Ich hab den Cain, ich hab den Cain. Oh, gut Job, Aro. Ich hab Play die gleich alle, Tim. Arschgeil, Nicolai. Ich hab den Cain, ich hab den Cain, ich hab den Cain, ich hab den Cain. bis zehn zeit sechs minuten ja sind nur ein paar minuten wollen wir doch eben nicht weil ihr es macht ich brauche meine alte aufschütteln ach schon ein geld auch um ich werde schon keine sorge ihr mit drei hatten jetzt mal habe ich gehört nur das war versucht es zu gewinnen die für ihr bitte mann ist mir so wichtig jetzt oh aron oh schön oh schön schöner fleisch oh lebt noch fickle fickle ach fickle fickle moore den steppe 512 da ist doch safe nanny drin nicht du musst diese mucke hast du gehört? ja ja egal was hältst du das denn alles ok joe im nächsten fall haben wir echt keine Woche auf die Ash die ist schon low da ist ein Annie drin die minuten Annie ist tot ne ist ein bug der geht auf was macht der der will auf inip gehen lass einfach fighten sehr schön ja gg der pyk rennt halt durch für inip oh mein gott ich inter oh mein gott wait what da kommen was benden jo er geht auf inip scheiße leute wir haben verloren der ist so durch nice gg alter geht einfach an uns rum für inip alles nicole jetzt schau mal den link an den ich dir geschickt hab ich hab schon angeschaut aufzuarbeiten und deswegen verrate ich alle meine geheimnisse meines erfolgs dir schreib mir jetzt ne nachricht und dann erklär ich dir wie du reich wirst so wie ich ich bin reich und ich scheiß auf alles diesen 600.000 Euro Rolls Royce hab ich in einem Monat verdient 600.000 wenn du wissen willst wie das geht schreib mir ne nachricht ich zeig's dir schreib mirёр ihm